hallo und herzlich willkommen zurück bei resident evil 4 ja wir sind hier zurück nachdem wir in der letzten folge schießstand missionen erfüllt haben und ein paar anhängerschen uns dazu verdient haben sind wir jetzt hier mit dem guten luis und ja wir müssen jetzt mal gucken wo es hier für uns so generell hingeht nicht so leicht jemandem zu vertrauen der mal für umbrella gearbeitet hat du weißt es also umbrella ist erledigt um die brauchst du dir keine sorgen mehr zu machen du hast meine frage nicht beantwortet worauf bist du aus ich will mich wohl in meiner haut fühlen es wieder gut machen so was in der art na gut er will sich wohl fühlen wird dann akzeptieren wir das einfach mal so würde ich sagen dass er sich wohl fühlen darf soll macht was er will auf jeden fall sind wir hier zusammen und so wie es aussieht sind wir sowieso uns hier auf uns allein gestellt aber sagen wir so lieber habe ich ihn dabei als unterstützung als wenn ich allein durch die gegend stiefeln müsste weil er war ja doch das allem eine gute unterstützung bekanntmachung sprengstofflagerung das dynamit wurde im lagerraum m4 verlagert hinweise zum umgang mit sprengstoffen einstürze sind an der tagesordnung haltet ausreichend abstand zum exklusionsbereich sollte es zu einem unglück kommen räumt sofort auf sorgt dafür dass immer ausreichend arbeiter vor ort damit die anderen als wenn sie sterben ersetzt werden können also damit hier natürlich die abit reinsetzen ich habe nur einen seltsamen quader den ich verwenden kann du kennst dich hier unten aus ja in dem dingens im vier naja dann gehen wir mal nach m4 m4 klingt wie so beim schiffe versenken oder beim schlacht und mit dem unterschied dass es da keine m reihe gibt was habe ich denn da gesehen na wo bist du blieger ich habe ich gerade schon gesehen einer weniger der mich nervt ah problem die nerven mich ein bisschen mehr überleben der mit seinen leuchten roten augen so ein bisschen aus wie der terminator übrigens eine sehr gute filmreihe zumindest so die ersten zwei auf jeden fall und ich muss sagen darf fade alle anderen waren jetzt nicht so pralle teil 3 ist noch ganz geil ansonsten also mit der äh mit der weiblichen terminatrix die war ganz cool und die anderen beiden naja über die wollen wir mal nicht reden aber generell ist jetzt glaube ich ähm ding ist hier kein thema wo bin ich jetzt da unten das heißt ich müsste auch wieder hoch das ist hier da ist ein schatz da ist ein schatz da ist ein extra schatz ach und jetzt bin ich an dieser stelle hier oben obwohl da würde ich ach hier ist genau sehe ich irgendwo jemanden naja i mean wir sind zu zweit das kann was interessantes werden wo aber jetzt doch nein oder Oh, hallo. Nee, hau ab. Au. Au. Ach, ich würde eigentlich gerade noch. Ja gut, das ist jetzt sehr doof gelaufen. Ich meine, mit dem Messer, die Kettensäckabwehr, das kriege ich hin. Das ist kein Problem, aber... Das ist jetzt gerade so actionreich, da los geht. Bleib mal oben, Kumpel. Was willst du? Ich habe mich überrascht, dass da gerade einen Kettensäck-Typ kam. Ach, ich kann nicht durchstehen, scheiße. Auf dem Kettensäck-Typ war ich eigentlich nicht aus. Ich wollte eigentlich keinen Kettensäck-Typ mehr haben. Wir sind auf einem kleinen, engen Raum. Ach, ich hasse sowas. Und dann habe ich kaum Militation. Okay, gibt natürlich doch nichts extra. Ich habe eine... Kleine, eine Rosan-Granate. Wobei ich die mal langsam zuordnen könnte. Nee, guck mal, auf die 7 ist okay. Und eine TMP. Wo ist der jetzt hierher kommen? Was für ein Messer habe ich? Ein billiges und ein duper... Ein gutes und ein billiges. Toll. Kommt der jetzt hierher oder geht der jetzt weg? Ja, steht da. Ich meine, meine Flinte ist ja ziemlich stark, ne? Meine Sniper. Wenn nur das mit dem Rest abhält, ist alles okay. Okay. Ja, zu viel zum Thema, er hält meine Rest ab. Ich weiß, der Kettensäck ist ja erledigt. Ist mir nicht gut. Äh. Autsch. Das war ein Kollege. Oh. Nein, will ich nicht. Außer, das weiß man nicht. Das Louis-Dignis funktioniert. Das... Ja, den schluckert so. Oh, dann ab und scheiß Kanaden hier. Mensch, lass doch mal die Scheiße unten weg. Hau jetzt ab. Lass das. Böcher Bube. Das war vielleicht nicht die beste Idee, aber es funktioniert. Louis, nimm die Beine in die Hand. Das ist jetzt zwei Damen sind. Darauf war ich nicht aus. Oh, zweite Person von der. Hätten wir was? Nein. Machen wir so. Oh, scheiße. Jetzt sagen wir uns doch. Ekelhaft. Wurzig. Au. Oh, das ist gut. Das ist... Nimm mal weg. Ach, Louis, was soll das denn? Ich meine, gut, du hast sie mit dem Tritt ins Jenseits befördert. Das finde ich schon mal... Lass das. Amin, du hast sie mit dem Tritt ins Jenseits... Oh, okay. Ich akzeptiere, das ist einfach mal so... Wer bin ich auch, um das generelle Frage zu stellen? Ich sollte das auch nicht in Frage stellen. Wo liegt noch irgendwas rum? Hinter mir komme ich da nicht rein, nee. Okay, wir können aber hier hochgehen, bitte. Und hier rechts war irgendwo... Da. Mach mich da ran. So, auf jeden Fall. So, nachladen. Das ist der Körper. Da drüben komme ich ohne weiteres nicht hin, ne? Ich müsste das Ding hier runter machen, vermutlich. Die Frage ist... Kriege ich das Ding hier einfach runter? So, auf den ersten Blick schon mal nicht. Naja, gut. Typisch. Alle Türen sind zu. Dann... Bleibt es nur der Weg hier hoch. Und hier rüber. Oh, gut. Da können wir auch wieder rein. Halt. Stopp. Ach da, okay. Ich wollte sagen, wir waren hier doch ein Schatz, den ich gerade gesehen habe, aber... Ich habe ihn jetzt gesehen. Ein Spinello. Naja. Wer bin ich, um das in Frage zu stellen und das abzulehnen? Gebrauchen kann ich sowieso. Ich bin da... Noch mehr Munition. Dann haben wir gleich noch hier noch. Ich bin da... Ich bin da... Luis, du hältst da oben die Stellung, würde ich sagen, gell? Ich weiß auch, wie ich Angst habe. Ja, einer weniger. Lass doch dieses Ding da liegen, Kumpel. Hast du eins? Jetzt hast du keins mehr. Oh, ey, Luis, Respekt. Du hast dich gut gehalten für die zwei Minuten, die du alleine warst. Oder ein Küchenmesser? Ah ja, gut. Ich sollte mich nicht beschweren über ein Küchenmesser. Aktivieren wir die Brücke. Mann, das dauert aber auch, du. Oh, da gibt's doch Geld. Money, money, money. Eins. Oh, 400 Peseten. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich diese Brücke gehe, dass sie gleich hochgezogen wird. Aber gut, ich denke, war eher weniger. So haben wir jetzt alles. Ja. Was? Das ist unruhig. Das ist günstig. Und wichtig. So, irgendwo soll ein Schatze sein. Ah, hier, okay. Gut, der war es nicht schwer. Oh, ne goldene Sanduhr. So, wir haben alles. Und wir haben scheinbar auch Ruhe. Oh, und Geld. Hey, 500 Peseten, ne? Haben wir und ich haben. Mal 500, mach schon 1000. Pesion. So. Dynamit, hm? Nicht schlecht, mein Freund. Ja, mach kurzen Prozess mit der Sackgasse. Ja, hoffentlich. Okay, die eine Kettensäge habe ich umgebracht, also nur weil ich unaufmerksam war. Und eingesperrt in der Gasse. Ansonsten würde ich sagen, finde ich, dass ich es nicht so übel. Alles billige Messer wieder ausrüsten. Und ein bisschen Inventar sortieren. Äh, bitte mal richtig rum. Dankeschön. Und Energie unten. Material zum Bewirtschaften. Bomben. Munition. Wobei, die eine kann nicht so stark nachladen. Eigentlich kann ich aber alles nachladen. Deswegen ist es auch weg. Trotzdem lasse ich es mal so. Okay. So, irgendjemand der unten jetzt hier entgegenspringt. Hallo sagt oder ähnliches. Da. Na gut, dann. Das ist gleich so lustig. Das war nicht mein Plan. Ja, wie wärs mit ein bisschen Vorwarnung. Da rollt mich einfach der Steinaufen. Und ich hab grad mein Inventar sortiert. Oh Mann. Ja gut, das war jetzt ungeplant. Und definitiv nicht so gedacht. Bin ich jetzt mal ehrlich. Ja. Ich hätte jetzt aber per se nicht erwartet, dass ich dieses Ding da erwischt. Bin ich ehrlich. Ich. Oh shit. Aber gut. Ich. So. Luis. Achtung. Wir gehen jetzt ganz weit weg. Wir gehen jetzt hier hin. Und das ist der weg in den unten blockiert. Und wir kommen da raus. Okay. Ja. Ah ja. Sicher. Ich überlege fast, ob ich gerade zum Händezug renne und mir meine Weste hole. Oh ja. Ich glaube, ich mache das auch. Weil ich weiß, was da gleich kommen wird. Konfetti. Ja, wisst ihr was? Bevor ich jetzt da link gehe, ich weiß, was da gleich kommt. Die Szene habe ich gesehen. Die Szene kenne ich. Sowohl aus dem Original als auch aus Videos, Materialien. Ja, ja. Ich werde jetzt hoffentlich hier noch durchkommen. Und meine Weste aufwerten. Ich weiß nicht, ob die Weste mir was bringt. Bei dem Prozedere gleich. Aber ich will es eventuell nicht riskieren. Deswegen Händlerfreund. Du kannst doch meine Weste gelaufen. Ja, ich habe ein bisschen was zu verkaufen. Kleinigkeiten kann ich dir gerade mal so in die Hand drücken. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, ich weiß. Deswegen verkaufe ich ja auch die Sachen, die ich jetzt hier habe. So, hier verkaufen wir den ganzen Scheiß. Und ich danke dafür. Ich bin mir wohl, ich pingel dich. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, kann ich was machen. Die brauche ich gerade nicht. Das ist auch wichtig. Okay. Wäre eine angenehme Reise. Reise, Freund. Wenn ich mal reisen würde. Die einzige Reise, die ich mache, ist in einem Sarg. Sehr wahrscheinlich. Aber mich ärgert es gerade, dass ich schon wieder zweimal gestorben bin. Insgesamt. Einmal durch die Kettensäge, wegen Dummheit von mir. Und einmal wegen diesem Steinbruch. Auch Dummheit von mir, aber ich merke mich das. Allein, weil jetzt so eine Passage kommt, wo ich denke, da werde ich auch nochmal sterben. Und es ist erst das Anfang, also der Anfang des Kapitels. Das ist so eine Sache. Ja, ich weiß, was hier passiert. Ja, wunderbar. Schießt ihr in das Gesicht, oder? Komm mal mit. Ich das da klappt, da? Die zwei Riesen besiegen. Mhm. Ich will das ja gerne alle weiter, wenn du willst. Du bist doch wieder Frauenheld. Ja. Aua. Okay, du hast eine harte linke Haare. Äh, linke. Ich merke es ja auch. Danke. Was ist denn da bitte los? Ich bin gerade am Looten. Also. Und Looten. Looten und Looten. Das ist so eine... Ah, okay. Wir machen uns das einfach. Mit einem, zumindest. Ich bin noch mehr rum, bevor ich das abhaue. Oh, weil da grün sich noch in der Handkannate hat. Au. Boah, du bist aber auch aggressiv, Kollege. Wo genau liegt die da in der Ecke? Irgendwo. Da ist es okay. Ich habe 82 Pistole bekommen. Bin ich aber knapp, oder was? Ja, darauf zu brüllen. Du bist doch ganz süß. Ich meine, nicht als Haustier, aber so als... Ist das doch nicht gerade hässlich? Aber auch nicht ganz süß. Ach, du bist... Warum was bist du? Keine Ahnung. Aua. Da habe ich mich ein bisschen vertipselt. Ja, ja. Alles gut. Meine Energie bies. Ich bin ja gerade ein bisschen... Naja. Das ist nicht kalt, wa? Au. Problem, ich habe auch keine Energie hier. Ist das Pettel auf meine Seite? Au. Ja, du hast gleich reden. Ich habe nichts plus mehr Energie hier. Ich habe keine Heilung mehr. Luis, geh weg da! Äh, ich hätte einen Verschiede aufhalten müssen. Äh! Warum warst du noch mal... Alter, warum warst du noch mal mit Toten? Warum warst du noch mal mit Toten? Totenmodus? Das ist auch uncool. Ich habe doch bloß so ein Ding gemacht. Äh. Alter, Team. Nee, 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 nee. Okay. Ich habe eigentlich viel zu heilen, ne? Ein grünes Kraut und ein rot-grün. Unten gibt es keine Heilung, habe ich gesehen. Äh. Das kann heiter werden. Aber egal, die Folge wird heute ein bisschen extra lang. Ich habe wieder nicht viel erreicht. Ich möchte eigentlich mehr erreichen. So. Ja, ja. Nach ihm wird er her. Guten Tag. Ich würde ganz gerne beide haben. Frauenheld. Ja. 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 Nein. Ja. Richtig mal das ausgerüstet. Warte mal das ausgerüstet. Dankeschön. Wobei das Stiefelmesser, ne Kühlschmesser ist weniger wert. Deswegen Hat doch viel mehr Munition. Ah Luis, cool. Tankplanate. Warte da? Ach ja drüben, ja okay. Haben die sich gerade gegenseitig geprügelt? Wo sind jetzt hier die? Ach da ist die Pistolenmunition. Wie ist das? 30, deswegen hat ich gerade zu viel gehabt. Aua. Wow. Ich liege einmal auf dem Boden. Du gefühlt 20.000 mal. Und wenn du sagst, du konzentrierst dich. Ich stehe noch mal ein bisschen Flintenmotion hier. Einfach weil ich kann. Und das am besten gleich zweimal. Jetzt habe ich noch gar nichts mehr in der Richtung. Aber die Flinte ist hier gar nicht so übel. Wie ist sowas hier bis zu Tag, was es angeht. Also mal was zu, was ist da da? Ne, der hat Rüstung. Ah, der hat sich bewegt. Ach Mann. Was hast du? Oh. Wird aber nicht. Dankeschön. Willst du dich verarschen? Wer kennt das? Was willst du jetzt mit dem Dynamit? Habe ich auch was verpasst? Was soll ich machen? Ja, was soll ich denn machen? Du stehst da oben. Kann ich das nicht aktivieren oder was? Ich meine, ich kann gerne versuchen zu ziehen, wenn du willst. Ach, das ist ja angetackert. Na, du kommst. Sehr schön. Genau wie geplant. Alles klar. Geben wir ihm den Rest. Kann ich hier aufklittern? Ah ja, warte hier. Bäh. Ich hätte beim Besser wechseln sollen. Alright. Nee, lass ich nicht. Ich will ihn so toten. Ich will schlüsseln. Bei dem wird bestimmt eine Menge Geld wert sein. Dann wird sehr viel Geld wert sein. Und wenn ich hier schon eins aussparen würde, nehme. Geld. Ja, sehr gut. Sehr gut. Zack, 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 zack. Ja, so macht es noch viel mehr Spaß. So, Problem ist, ist das Messer gleich weg. Ja gut, mit der Flinte das wohl nicht dazu werden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Noch ein still live. Äh, ich denke, das wird überleben. So, jetzt das ausrüsten, weil das andere Messer tut sich mehr lange. Und da haben wir es doch schon. Und das ohne Luke. Du hässliche... Ästier. Ah, die webel, die Schaden. Soll ich jetzt dich hochheben oder willst du mich hochheben? Na gut, da liegt aber auch nichts mehr, ne? Ah, ja, gut. Dann komm. Oh, wie du was ab? Weil noch ganz vertrauen tue ich denn nicht. Na dann. Guten Tag. Gibt es hier auch wohl... Hier war es dann schon mal ein Schatz. Oh, ja. Gut. Dann werden wir uns wohl in der nächsten Folge hier unten in das Las Plagersgebiet weiter durchbewegen. Eieieiei. Aber ich sag auf jeden Fall erstmal danke fürs Dabeisein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und... Ciao. Ciao. Ciao.